Hallo, ich finde es ist mal wieder Zeit für ein blitzschnelles Rezept und dafür habe ich mir eine vegetarische Carbonara ausgesucht. Für die vegetarische Carbonara brauchst du 200 ml Sahne, eingestrichenen Teelöffel Pfeffer, eingestrichenen Teelöffel Salz, ein Eigelb, eine kleine Zucchini, eine Paprika, die habe ich beide schon klein gewürfelt, dann ca. 50 bis 60 Gramm Parmesan und 250 Gramm Nudeln. Bei der Carbonara kannst du eigentlich Gemüse nehmen, welches du möchtest, also da würden zum Beispiel auch Mais oder Champignons oder Lauch, Cherrytomaten dazu passen, also da kannst du wirklich einfach alles klein schnippeln, was gerade in deinem Kühlschrank ist. Als erstes bereiten wir jetzt die Mischung für die Carbonara Soße zu, also die Grundzutat und zwar geben wir dafür das Eigelb, Salz und Pfeffer zur Sahne hinzu und verrühren das miteinander. Die Nudeln kochst du einfach nach Packungsanweisung und währenddessen gibst du schon mal Paprika und Zucchini oder dein anderes Gemüse in eine große Pfanne und lässt das anbraten. Wenn das dann angebraten ist und die Nudeln fertig sind, gibst du die Nudeln hinzu und gibst dann die Sahnenmischung drüber und verrührst alles miteinander. Dann kommt zum Schluss noch der Parmesan hinzu, der bindet die Nudeln und die Soße, damit die nicht allzu flüssig ist, deshalb habe ich auch ca. 50 bis 60 Gramm gesagt, denn da gucke ich immer nach Augenmaß, bis einfach die Soße eine nette Konsistenz hat. Und Rucki Zucki ist unsere vegetarische Spaghetti Carbonara fertig. Also ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen, dass das ein wirklich super leckeres Blitzrezept ist. Falls du das Rezept auch noch mal nachlesen möchtest, habe ich dir das auf meinem Blog schon abgetippt. Den Link zu meinem Blog findest du unten in der Infobox. Gerne kannst du ja generell mal meinen Blog durchstöbern oder bei mir auf Instagram vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, deine Janneka.